Es wird ein ganz neues Spiel, ein Chaos-Spiel, ein Finale und wir freuen uns auf das Spiel und wollen natürlich gewinnen. Was da passiert ist vor einem Jahr, ich meine, das kann man nicht mehr ändern und das ist halt so und das ist wieder ein neuer Titel und natürlich sind wir hungrig und wollen wir das Spiel morgen gewinnen und so werden wir auch auftreten. Ich finde, wir haben überhaupt nichts gut zu machen. Wir haben ja in der letzten Saison die Champions League mit großem Abstand gewonnen. Wir waren ja wirklich die beste Mannschaft in Europa und deshalb hege ich da keine Revanche gewisse. Ich glaube, wenn eine englische Mannschaft auf eine deutsche trifft, dann ist es immer schon Prestige und wir freuen uns gegen Chelsea spielen zu dürfen und wir werden alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen.